Wanted – Next Azubi Chemikant. Mit diesem Event möchte Lengses Jugendliche für den Ausbildungsberuf begeistern. Viele Schüler informierten sich am 2. April im Camp Park Leverkusen. Einer von ihnen ist der 18-jährige Gerrit Stemmeler. Ich wollte mir noch ein eigenes Bild machen vom Chemikanten und das konnte ich nur hier machen. Nirgendwo anders gab es so ein Event wie hier und deshalb bin ich nicht gekommen. Insgesamt investiert Lengses jährlich rund 10 Millionen Euro in die berufliche Erstausbildung. Dass der Spezialchemiekonzern ein Event veranstaltet, das sich nur mit dem Ausbildungsberuf des Chemikanten befasst, ist neu. Weil wir als Lengses Auszubildende als Chemikanten und Chemikantinnen suchen. Und das Berufsbild, was die Schüler aus diesem Berufsbild kennen, der Chemikantin oder des Chemikanten, ist halt teilweise veraltet. Und da wollen wir Aufklärungsarbeit leisten. Beim führenden Spezialchemiekonzern Deutschlands erlebten die Jugendlichen einen Schnelldurchlauf durch die Arbeitswelt des Chemikanten. Im Technikum lernten sie alle Keime vom Körper zu entfernen, bevor sie den Reinraum betreten. Nur so kann Lengses den höchsten Anforderungen der Pharmaindustrie gerecht werden, für die der Spezialchemiekonzern Wirkstoffe für Medikamente herstellt. Bei Lengses übernehmen Chemikanten verantwortungsvolle Aufgaben. Sie sorgen für die optimale Funktion der Anlagen und die gleichbleibende Qualität der Produkte. Also ich finde, dass das hier im Technikum alles sehr detailgetreu gemacht ist, dass man hier genau sieht, wie alles gemacht wird und auch streng nach Vorschrift. Und wenn man einen Fehler macht, muss man das auch direkt nochmal machen. Und das wird dann nicht so, ja, kann schon mal passieren. Sondern man muss alles genau so machen, wie es auch im richtigen Betrieb ist und das finde ich schon gut. Auszubildende als Chemikanten werden noch in den Standorten Leverkusen, Krefeld und Dormagen gesucht. Lengses übernimmt bei der Ausbildung eine Vorreiterrolle und bietet über den eigenen Bedarf hinaus jungen Menschen die Chance auf eine fundierte Berufsausbildung mit Zukunftsperspektiven. In den vergangenen Jahren wurden 208 Auszubildende auf befristete und unbefristete Stellen übernommen. Der Spezialchemiekonzern setzt verstärkt auf qualifizierten Nachwuchs aus den eigenen Reihen und erhöht daher die Zahl der Ausbildungsplätze bis 2014 um 50 Prozent. Einen ganzen Tag lang konnten sich die Jugendlichen über den Ausbildungsberuf des Chemikanten informieren. Lengses wollte Interesse und Begeisterung für die Chemie wecken. Bei Gerrit Stemmeler hat es geklappt. Also der Berufschemikanten ist jetzt noch stärker mein Traumberuf. Mein Zwillingsbruder ist Chemikant, mein Vater ist Chemikant und hoffentlich werde ich dann auch noch Chemikant und ich bin wirklich sehr positiv überrascht, wie es hier war. Musik 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 Vielen Dank.